Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay auf meinem Kanal. Es ist eine sehr sehr lange Zeit her, beim letzten Video wo ich ja gesagt habe, ich bin jetzt live und so weiter, haben wir dementsprechend auch WW2 gespielt, im Video selbst, allerdings auch kein richtiges Gameplay rausgeknallt, deswegen ist es für mich hier das erste offizielle WW2 Gameplay, ein bisschen mit der Sniper gespielt, zusätzlich zweimal oder dreimal so ein paar MPs ausprobiert. Wie gesagt, das Spiel ist noch richtig frisch und da muss man auch natürlich gucken, wie man vorankommt, ansonsten könnt ihr eine ganz entspannte Runde im Hintergrund sehen. In diesem Video möchte ich euch natürlich auch erstmal sagen, wie meine ersten Eindrücke sind nach der Beta-Version, die wir auch dementsprechend gespielt haben, was sich verbessert hat, ob es negative Punkte gibt, werden wir dann jetzt alles besprechen und ich würde einfach sagen, fangen wir direkt mal an. Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei diesen Divisionen, wie es am Anfang so gehasst wurde etc., ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm mit diesen Divisionen zu spielen. Aus den Gründen, es hat Vor- und Nachteile zum Beispiel, du levelst jetzt Gebirge, das ist ja die Sniper und dann hast du nach einer Zeit zum Beispiel einfach den Vorteil, dass du stumm bist. Aber das ist auch gut so, weil du bist ein Scharfschütze, dementsprechend kannst du jetzt nicht einfach die ganze Zeit erwarten, dass du da ununterbrochen durch die Gegend rennst und trampelst wie so ein Nil fährt. Bei MP bist du zum Beispiel dann viel, viel schneller mit den integrierten Schalldämpfern, das finde ich mega nice. So an sich, das Gamefeeling von der Hitbox her ähnelt ziemlich den Vorgängern, sprich also so Ghost-mäßig so. Ich muss sagen, mir gefällt das Feeling ja sowieso, man stirbt nicht zu schnell, man stirbt aber auch nicht zu langsam. Also es ist so, dass natürlich Gegner gibt, die extrem viel schlucken, aber es ist so, dass es halt ein angenehmes Feeling ist. Es ist wieder ein Call of Duty auf Augenhöhe, wo man wirklich sagen kann, das hat den Namen Call of Duty wirklich verdient. Es ist ein altbasiertes Spiel, das merkt man richtig gut. Grafisch 1A in meinen Augen, Gamefeeling bombastisch. Also richtig zu empfehlen, für die Leute, die es sich jetzt nicht vorbestellt haben, die es sich jetzt noch nicht zugelegt haben, bitte. Einen Tipp, wollt ihr einen richtig geilen Ego-Shooter, der sogar noch 10 Mal besser ist in meinen Augen persönlich jetzt. Ich rede ja hier nur von meiner persönlichen Meinung. Ist als ein Battlefield 1, dann holt es euch auf jeden Fall. Es ist wieder ein Call of Duty wert. Und dementsprechend, ja, haben wir das Thema dann jetzt abgefuckt. Thema 2, Waffen und Punkteserien. Bei den Waffen hat sich einiges getan von Feeling her. Manche Waffen verziehen extrem krank, manche Waffen sind dementsprechend in der Präzision besser, machen aber viel weniger Schaden. Das finde ich gut mit den ausgeglichenen Sachen. Zum Beispiel bei den Scharschützengewehren, muss ich sagen, spiele ich das zweite Scharschützengewehr, also dementsprechend das, was ich jetzt auch gerade in der Hand halte. Einfach viel, viel, viel lieber als das erste, weil das erste einfach viel zu viele Hitmarker verteilt, ist aber dafür ein Ticken schneller im Scope. Ja, und da muss man halt auch erstmal gucken und die Waffen natürlich für sich rausfinden. Aber ich meine in dem Sinne, man findet das recht schnell zusammen, man findet sich auch recht schnell das Spiel ein. Die Karten sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die sind zum Teil auch alle ein bisschen kleiner, als wie man es kennt, sag ich mal, von den anderen Call of Duty Teilen, wo man eine riesengroße Karte ist, wo man keine Sau mehr sieht. Und wo dann mal wieder so kleine Karten sind, also ich sag mal so, die größte ist mittelmäßig und dementsprechend finde ich das schon gut so, weil ein 6 gegen 6 will man auch gute Gegner sehen können. Und nicht dementsprechend da die ganze Zeit irgendwie durch die Map rennen und gar keine mehr sehen, wie es damals zum Beispiel bei Ghost by Whiteout oft war. So, nächste Thematik, die Punkteserien. Ihr seht jetzt im Hintergrund, ich habe ein paar Punkteserien habe ich schon rausgeknallt, in der Laufe der Zeit, wo ich jetzt schon gesprochen habe. Es ist natürlich wieder so, dass man Punkte sammeln muss, um die Punkteserien rauszuknallen. Es gibt so was ähnliches wie Hardliner, das ist halt so ein Extra, das sind diese Bänder, die man da später ausrüsten kann. Dazu mache ich dann nochmal parallel ein Video, wo man sich dann halt dementsprechend, ja, so Bonis reintun kann, mit schneller nachladen. Also das ist so ein Perk sozusagen, dass man sich dann aussuchen kann. Und das finde ich auch ziemlich gut so und an sich, Aussätze gibt es auch mehr als in der Beta, meine ich. Waffen sind zum Teil auch alle immer noch gleich geblieben, allerdings vom Feeling her ein Ticken anders als in der Beta. Das Spiel ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut, logisch, in der Beta gucken die natürlich, wie nervt man dann die Punkteserien, dass die auch fair bleiben von den Punkten, die man dann herverdienen kann. Ist gut gelungen, ist ziemlich stark passiert, finde ich gut, finde ich top. Und insgesamt gesagt, finde ich, dass das Gameplay einfach, ja, intensiver wirkt. Also es macht wieder richtig Spaß in der Lobby zu sein, gegen Leute zu spielen und sich zu messen. Zusätzlich natürlich das Hauptmenü-System mega gut gelungen. Ich finde dieses Neue, was die da reingebracht haben, mit dem Hauptquartier mega nice. Dazu werde ich auch allerdings noch ein extra Video machen, wo ich dann darauf nochmal genau eingehen werde. Wo wir uns das nochmal einschauen und gucken, wo was ist, wie was ist und wie das optisch ausschaut. Und ansonsten geht es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Es war ein mega, mega, mega krankes Feeling, das erste Match in WW2 machen zu können. Es ist ein richtig geiler Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die es sich nicht zugelegt haben und eigentlich Call of Duty Fans sind. Holt es euch, legt es euch auf jeden Fall sofort zu. An der Stelle bin ich raus, lasst das restliche Gameplay dann einfach noch ein bisschen so laufen mit Ton. Und nicht mehr dieser Musik im Hintergrund. Und ich würde dann sagen, wir hören uns dann beim nächsten Gameplay bzw. Video. Und ich würde sagen, wieder schauen und bis zum nächsten Video reingehauen. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, einfach mal quickscopen und dann hat sich die Sache... Granate kommt, Granate kommt. Lenkbombe ist gestartet. Aufklärung in der Luft. Feindliche Bombe im Anflug. In Deckung. Oh fuck. Feindliche Vorräte entdeckt. Unterbindet den Narschuh bestätigt. Feuer auf das Ziel. Jo. Lenkbombe abgebaut. Ha, Edna. Oh, ja, hab ihn. Oh, geil. Gut gemacht, Soldat. Edna, Edna. Stimm euch etwas aus. Bin mit Null kippen. Null kippen. Ja, wie war schön auf dem Schädel. Das war ich. Oh, Alex, schönes Ding. Ja. Ja, Mann. Ed's war Challenge. 28,6 mit Sniper, Digga. Das läuft.